Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema WinCC und HMI-Programmierung. Wir wollen uns heute in diesem Video einmal anschauen, wie wir die Verbindung zwischen dem HMI und der PLC, die wir im vorigen Video entsprechend schon konfiguriert und angelegt haben, überwachen können. Denn es kann ja sein, dass euer Panel ausfällt oder die Verbindungsleitung irgendwie unterbrochen wird oder der Stecker, der Profi-Net-Stecker abgezogen wird. Diese Information sollte man also bei den meisten HMI-Panels irgendwo entsprechend mit einbinden. Und dazu gibt es hier im HMI-Panel bereits ein fertiges Lebens-Bit oder auch Live-Bit genannt oder auch Watchdog genannt. Denn das sind immer Bits, die meistens von einem speziellen Gerät aus getoggelt werden, also immer auf 1 oder 0 in einem festen Takt gesetzt werden. Und damit lässt sich nämlich dann immer eine Verbindung auf ihren Zustand überprüfen, ob die Werte noch übertragen werden. Das entsprechende HMI bietet nämlich genau so einen Watchdog. Das Ganze ist hier unter Verbindung zu finden und dann unter dem Thema Bereichszeiger. Es gibt verschiedene Bereichszeiger mit verschiedenen Funktionen. Wir wollen uns heute aber als erstes dem ersten Bereichszeiger mit der Koordinierung beschäftigen. Das Ganze können wir dann hier einmal auswählen. Denn innerhalb dieser Koordinierung, also die Informationen, die darin enthalten sind, in diesem Bereichszeiger, steckt nämlich auch ein Lebens-Bit. Das Ganze hat hier eine Länge von einem Wort. Die Länge bezieht sich hier immer auf die Anzahl der Wörter. Alle Informationen von unserem Panel möchte ich in einem zentralen Datenbaustein, hier ein globaler Datenbestand, den ich HMI genannt habe, einfach sammeln, damit ich hier die bessere Übersicht in meiner SPS habe. Dann nenne ich das Ganze dann einfach jetzt an dieser Stelle, lege eine neue Variable an und nenne die Koordinierung. Vom Datentyp Wort. Denn Koordinierung hier, der Bereichszeiger hat die Datenlänge entsprechend genau von einem Wort. Das Ganze wähle ich dann hier unter PLC-Variablen aus. Aber woher weiß ich jetzt, dass in der Koordinierung entsprechend dieses Live-Bit steht? Und vor allem, wie ist diese Koordinierung, also das Wort, aufgebaut? Das gucken wir uns jetzt als erstes an. Und zwar, da gehen wir ins Informationssystem, einfach F1 drücken, dann kommt ihr in das Informationssystem und dann hier untersuchen, einfach nach Bereichszeiger oder Koordinierung suchen. Und dann findet man das hier, weil das Ganze ist natürlich sonst auch schon ziemlich umfangreich. Dann sieht man auch, wie ist dieser Bereichszeiger entsprechend aufgebaut. Hier sieht man auch die anderen Bereichszeiger und auch vor allem, wie diese aufgebaut sind. Aber, was mich jetzt hier interessiert, der Aufbau hier, die Bitbelegung. Ich sehe also näherwertiges, höherwertiges Bit, Byte natürlich, sehe das meistens noch reserviert und wir haben genau drei Bits mit drei Funktionen. Wir haben ein Anlauf-Bit, ein Betriebsarten-Bit und ein Lebens-Bit. Das Anlauf-Bit ist so, wenn das Panel, wird kurzfristig auf 0 gesetzt und nachdem es hochgelaufen ist, ein Panel, dann steht es dauerhaft auf 1. Damit kann ich erkennen, ob mein Panel halt vernünftig hochgelaufen ist. Das Betriebsarten-Bit sagt dann, in welchem Zustand befindet sich mein Panel. Im Normalbetrieb wird das Ganze hier auf 0 gesetzt, ist das Ganze offline, wird es auf 1 gesetzt. Darüber könnte ich schon mal meine Betriebsart selber von dem Panel erstmal abfragen. Das ist ja auch schon mal ganz ein wichtiger Punkt. Das Lebens-Bit ist dann dafür da, wenn wir im Normalbetrieb sind, um halt wirklich die Verbindung zwischen SPS und entsprechend dem Panel zu kontrollieren. Denn es kann ja sein, dass euer Panel einfach keine Informationen mehr schickt. Und somit würde euer Bit hier, euer Betriebsarten-Bit in eure SPS, das vielleicht immer weiterhin auf 0 stehen bleiben, ihr denkt, alles ist in Ordnung. Ihr würdet den Ausfall gar nicht mitbekommen, weil das Panel hat zum Beispiel nie das Ganze auf 1 gesetzt, weil die Verbindung unterbrochen wurde. Dafür braucht ihr dann das entsprechende Lebens-Bit. Oder dieses Live-Bit oder Watch Dogs, dabei einer der häufigsten verwendeten Varianten, um solche Verbindungen zu testen. Das Ganze wird innerhalb von einer Sekunde immer invertiert, das Bit. Also es wird dann mal zwischen 0 und 1, also High und Low gewechselt. Und das müssen wir dann gleich entsprechend in unserer SPS abfragen. Aber als erstes einmal gehe ich jetzt hin und simuliere einmal mein Panel. Denn ich möchte mir das erst einmal online anschauen, was da genau mit diesem Wort eigentlich passiert. Nachdem das Panel dann hier entsprechend simuliert wurde, gehen wir auf unser HMI, also hier auf unseren HMI-Datenbaustein, also in der SPS, gehen auch hier online mit der SPS, setzen dann innerhalb des Datenbausteins hier dann direkt auch die Brille auf. Das hatte ich jetzt hier ausgewählt. Das müssen wir aber trotzdem nochmal machen. So, jetzt. Und da sehe ich jetzt auch, hier passiert in dem Beobachtungswert an diesem Wort jetzt irgendwas. Irgendwas wird hier hin und her geschaltet. Das Ganze ist jetzt hier in der hexadezimalen Schreibweise. Das möchte ich mir aber in der binären Schreibweise angucken. Das geht am besten in der Beobachtungstabelle. Da habe ich das Ganze hier als Koordinierung auch schon einmal angelegt. Den selben Datentypen, dieselbe Variablen natürlich. Das Ganze dann hier im Anzeigeformat vorher hatten wir Hex. Hex sehe hier wieder 1 und 5. Aber ich will das binär sehen. Und da sehe ich dann auch schon das höherwertige Byte, das niederwertige Byte. Ich sehe hier das Anlaufbit. Ich habe 1 gesetzt, das heißt mein Panel ist hochgelaufen. Geht auf 0, das heißt die Betriebsart ist Normalbetrieb. Hier sehe ich das Lebensbit, was innerhalb einer Sekunde immer hin und her geschaltet. Das Ganze möchte ich jetzt innerhalb meiner SPS auswerten, dieses Wort. Weil diese Information hier selber bringt mich ja erstmal noch nicht viel weiter. Denn ich muss diesen Status ja auch verarbeiten. Das war jetzt erstmal im Prinzip der Einstieg dazu, wie so ein Bereichszeiger funktioniert. Wo ihr die Informationen über Bereichszeiger kommt und wie man das Ganze entsprechend anlegt und auch in der SPS einbindet. Und der zweite Teil dieses Videos wird jetzt entsprechend, wie wir innerhalb unserer SPS mit diesen Informationen weiterarbeiten. Wie wir zum Beispiel daraus eine Fehlermeldung generieren können und so weiter. Denn dazu möchte ich jetzt ein eigenes Modul, einen eigenen Baustein schreiben, der bibliotheksfähig ist. Das heißt, ich möchte ihn später immer wieder in all meinen Programmen weiterverwenden. Denn ich möchte diese Arbeit, die ich mir jetzt hier gemacht habe oder die ich mir jetzt hier machen werde, möchte ich ja nicht in jedem Projekt wieder neu machen. Dazu entsprechend halt die bibliotheksfähigen Bausteine. Ich lege mir jetzt also einen Funktionsbaustein an und nenne ihn einfach HMI-Diagnose. Die Programmiersprache ist FUP. Warum ich einen FB brauche, das wird sich gleich zeigen, denn ich habe da drin ein paar Informationen, die ich auch dauerhaft speichern möchte. Und somit brauche ich einen FB mit einem entsprechenden Gedächtnis. Als erstes legen wir hier jetzt die Bausteinschnittstelle an. Als Input nenne ich einfach eine Variable wie der Koordinierung. Da weiß ich schon mal direkt, welchen Bereichszeiger ich da anlegen muss. Und da ein Typ Wort. Denn ich möchte jetzt erstmal das ganze Wort einfach innerhalb dieses Bausteins hier einlesen. Die drei Informationen, die ich später herausgeben möchte, sind einmal Anlauf, Betrieb und Führung. Das sind die Informationen, die ich haben möchte. Das heißt also, natürlich auch. Wenn das Panel hochgelaufen ist, soll der Output high sein. Wenn das Panel im Normalbetrieb sind, soll das high sein. Und wenn das Panel eine Störung hat, soll das Ganze hier an der Stelle auch auf high gesetzt werden. Gut, wie kriege ich jetzt die Informationen aus dem Wort heraus? Dazu brauchen wir den entsprechenden Slice-Zugriff. Mit dem Slice-Zugriff können wir innerhalb eines Bytes oder Worts entsprechend auf einzelne Bits oder halt auch einzelne Bytes zugreifen. Die Schreibweise ist dabei halt exakt so, wie hier auch die Nummerierung der einzelnen Bits ist. Und das Ganze ist nämlich dann, das sehen wir jetzt hier, ich lege erstmal eben schnell noch vorher drei Netzwerke an mit den drei Output-Variablen. Dann, das ist einmal Anlauf, Lieb, Führung. Jetzt kommt hier die Koordinierung, die Variable Koordinierung. Ich schlägt sie mir jetzt nicht vor, weil sie eigentlich vom Datentyp fort ist und hier nicht dran passt. Aber jetzt kommt der Slice-Zugriff, Punkt X, das ist dann der Zugriff auf genau ein einzelnes Bit. Und jetzt 0, denn 0 war ja entsprechend von der Numerierung her das Anlauf-Bit. Und somit habe ich das Anlauf-Bit jetzt genau auf diesen Ausgang gelegt. Das heißt, wenn das Panel hochgelaufen ist, wird diese 1, die hier drin steht, einfach an den Ausgang weitergegeben. Das ist noch relativ simpel. Beim Betrieb ist es ja so, das ist der Nummer 1, hier sehen. Da ist es ja so, dass es im Normalbetrieb auf 0 gesetzt wird. Das heißt, ich möchte das Ganze hier negieren. Nämlich, wenn das im Normalbetrieb ist, dass hier aus der 0 eine 1 und ich habe hier das 1-Signal dauerhaft anstehen. Gut, kommen wir zur Störung. Jetzt, wenn ich jetzt das Lebens-Bit hier drauflege, das ist die Nummer 2, würde das Ganze hier die Störung ja in einem Sekundentakt einfach nur hin und her schalten. Das möchte ich natürlich nicht haben. Was ich jetzt haben möchte ist, und zwar, wenn das Lebens-Bit nicht mehr geschaltet wird, das heißt, fest in einem Wert steht, also entweder 1 oder 0 innerhalb eines gewissen Zeitfensters. Wir wissen ja, das Zeitfenster hier vom Toggeln ist eine Sekunde. Dann soll die Störung anliegen. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn innerhalb von 2 Sekunden hier sich diese Variable nicht verändert hat, dann gibt bitte eine Störung raus. So, jetzt kommt auch der Punkt, ich brauche jetzt dafür eine Einschaltverzögerung und ich möchte das Ganze ja bibliotheksfähig machen. Deswegen brauche ich hier auch den FB, denn diese Einschaltverzögerung braucht einen Datenbaustein und den muss ich halt ja auch irgendwo anlegen. Den legen wir uns jetzt hier als Multi-Instanz an. Dazu zum Thema Multi-Instanzen findet ihr auch entsprechend auch ein eigenes Video, was es damit auf sich hat und das nenne ich jetzt einfach nur Watchdog High und einmal Watchdog Low und das Ganze wird dann folgendermaßen gemacht. Einmal wird das hier drauf gelegt, die Variable auch nochmal hier drauf gelegt. Wir sagen hier 2 Sekunden, wenn nämlich innerhalb von 2 Sekunden die Variable hier, also 2 Sekunden lang auf 1 steht, dann weiß ich, okay, die wurde jetzt schon 2 Mal nicht getoggelt, das heißt hier steht irgendein Fehler an. Dasselbe machen wir hier negiert, wenn die ganze Variable 2 Sekunden lang auf Low steht, also auch hier sich keine Wertveränderung vollzogen ist, es wird nicht mehr getoggelt, steht ein Fehler an. Das Ganze verbinde ich dann jetzt hier noch mit einem Oder-Glied. Beides wäre ja der Fehler. Und das Ganze geht raus auf die Störung. Somit habe ich das Ganze dann jetzt hier entsprechend abgefragt und auch bibliotheksfähig gemacht. Das Ganze möchte ich dann jetzt noch in meinem Programm verwenden. Wir gehen auf den Main OB. Ziehen uns einmal den HMI-Diagnose hier einmal rein. Lassen wir so stehen, das ist die Einzelinstanz dazu. Wir legen hier die Variable aus dem Datenboschern HMI. Koordinierung. Wir legen uns jetzt hier einfach noch schnell, einfach zum Testen, Merker 1000.0, einfach schnell 2, 3 Merker an, damit wir die Informationen hier gleich auch sehen können. Das Ganze wird dann jetzt einmal in die Simulation geladen. Dann starten wir gleich unser Panel. Schauen uns das Ganze einmal an. Habe ich denn hier noch das Panel am Laufen? Oh, ich habe hier auch noch das Panel am Laufen. Ich wunderte mich gerade schon, dass die ganzen Sachen hier so entsprechend stehen und warum das Ganze hier entsprechend toggelt. Aber die Simulation lief noch. Das heißt also, wir sehen auch hier, es ist hochgelaufen. Das Ganze steht auf Betrieb und wir haben keine Störung. Gucken uns das Ganze hier mit dem Toggeln auch einmal noch hier an. Wir sehen auch hier, dass es die ganze Zeit hin und her wechselt und die Zeit auch abläuft. Eine Sekunde, eine Sekunde. Wenn ich jetzt das Ganze, das Panel jetzt hier, die Simulation des Panels, habe ich hier entsprechend jetzt eine Störung vorliegen. Meine Betrieb und Anlauf bleiben weiterhin stehen, denn beim Anlauf wird das Ganze ja auch immer nur einmal kurz auf 0 gesetzt und dann auf 1. Und wenn die Information vom Betrieb, also wenn das Panel selber nicht offline geschaltet wurde, dann ist die Betriebszeit auch immer noch normal. Es kommen keine neuen Informationen rein. Deswegen brauchen wir hier unsere Störung, also unser Lebensbild, um die Verbindung zu testen. Und das Ganze hat auch soweit funktioniert. Im Normalfall, wenn ich jetzt die Simulation des Panels wieder starte. Das Panel hat jetzt wieder gestartet und wir sehen hier auch wieder, das Ganze toggelt wieder. Die Betriebsarten, das sehe ich hier gerade beim Anlauf, das ist manchmal so kurz, also das sehe ich dann in der Simulation nicht. Da muss man halt sich überlegen, ob man diese Informationen aber braucht. Wichtig ist Betrieb, wenn das Ganze manuell, also wirklich offline geschaltet wurde und vor allem halt auch die Störung hier, weil ich kann die ganze Runtime dieses Panels ja auch beenden. Dann würde das Ganze hier auch auf 0 gesetzt werden, weil die Verbindung besteht dann ja noch, obwohl unser Panel nicht aktiv. Das war im Prinzip alles zum Thema erst mal Bereichszeiger und was sind die Bereichszeiger, vor allem Koordinierung und wo bekomme ich die Informationen über die Bereichszeiger her. Also was steckt da in Informationen drin und was kann ich damit anfangen. Es werden jetzt noch weitere Videos folgen zu den anderen Bereichszeigern, wie wir die auch entsprechend in unserem entsprechenden SPS einbinden und wie wir auch da teilweise ein paar Beispiele dann zu programmieren werden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.